Hey Leute, ich bin jetzt in einem Wasserlevel wieder drin, und zwar in dem, wo wir auch den Einschlüssel mal hatten. Ich habe mir überlegt, ich mache es einfach mal jetzt nochmal normal durch, weil dann kommt glaube ich noch ein Level, so unterwassermäßig. Und das wäre glaube ich nicht so schlecht, wenn wir noch ein Level hätten, weil noch ein Level ist halt noch ein Level und das kann man machen. Und dann hat man das Level gemacht. Ach ja, komm, das habe ich schon mal gemacht, brauche ich nicht noch einmal. Jetzt lass mich raus. Ich will doch nur bis ans Ende schwimmen. Mehr will ich gar nicht. Aber ich werde erfolgen von irgendwelchen wahnsinnigen Fischen. Do no, do no. Wow, so schwimmt man so geil, ey. Auch wenn man dann verreckt. Verrecken ist nicht geil, Leute. Ja, also jetzt habt ihr eben das Level gesehen, welches ist das, habe ich vergessen vorher zu zeigen, weil ich einfach gestartet habe, weil ich so ein asozialer Junge bin. So, Münzen, 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 Münzen. Alles ignorieren und weiter. Ja, ja, genau da. Dann da lang, dann da lang und dann bin ich tot. Warum bin ich tot? Weil ich gesaved habe. Weil es mir dann einfach scheißegal ist. Ich habe zu viel davon, zu viel Leben. Ja. Oder auch nett. Eigentlich nicht. Ja, nett. Ah, ah. Trotzdem. Ich bin stolz drauf. Ah, da kriege ich einen alten Nackengeschmack. Ich muss mich mal anders setzen. Ich bin, ich bin zu dumm. So, 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 so. Wow. Das war nicht so unbedingt cool eben. Ich habe nicht gewusst, dass man den so töten kann. Wie hoch willst du bitte? Ja. So hoch. Ach, du Scheiße. Beschleunige mich. Woo. Das P steht für Power. Ach, du Scheiße. Ich glaube, ich nehme es nicht nochmal. Das hat es nicht wirklich gebracht. Nee. Außer ich save vorher ab. Aber ich save irgendwie eh schon zu viel. Man muss es nicht unbedingt übertreiben. Kann man. Aber wie gesagt, muss man nicht. Hat auch gleich geloadet. Loadet immer noch. Ah, ich bin auch jung. Ich kann mal. Ach, diese Umweg ist so geil. Kindheit. Kindheitserinnerungen, sage ich euch. So viele. Zack. Ignorieren. Ignorieren. Du brauchst keine Power. Du bist schnell genug, Mario. Außerdem bist du so klein. Lass mich in Ruhe. Ich will euch nicht. Keiner will euch. Findet euch damit ab, verdammt. Oh nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Alter. Vorhin habe ich es auch im ersten Versuch einfach mal mit Schlüssel geschafft. Aber jetzt packe ich es gar nicht oder was? Nicht mal auf normalen Weg. Soll es geben. Ist nicht so cool. Aber ist halt jetzt mal so, ne? Äh. So. Vier Minuten sind verstrichen. Wir müssen uns beeilen, würde ich sagen. Sonst schaffen wir das nie. Und nie ist nie. Ach, egal. Lass mich in Ruhe. Äh. Ah. Fuck you. Das gibt's doch echt nicht. Ach du Scheiße. Wie kann man nur so schlecht sein? Ey. Also. Ich sollte echt mal aufpassen. Ich kann jetzt auch nicht ganz halt wieder in dem einem Level hängen. So wie letztens zwei Episoden lang in einem Level. Das war natürlich total lustig. Eigentlich nicht. Aber traurig. Doch, traurig kann man sagen, ja. Durchaus. So. Ja, langsam. Langsam komme ich wieder dahin. An Point Red. Nein, nein, nein. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. So. So. Wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Und scheint darum. Aber halt nach rechts. Da ist auch ein Pfeil. Der Pfeil zeigt uns, wo wir hin müssen. Ja, jetzt noch warten, warten, warten. Und bevor ich noch sterbe, lieber mal durch. Wow. Das war... Hätte man sterben können. Haben wir aber nicht. Und das ist ziemlich gut so. Muss ich einfach mal sagen. Was es uns jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Wir haben halt einen Weg mehr. Das ist klasse. So. So. Wo hin geht's da? Warte mal. Da war doch irgendwo... Was ist jetzt eigentlich mit diesem komischen... Wo waren wir da? Da waren wir. Wir müssen irgendwie da runter. Ja. Das müssen wir halt überlegen. Oder ich, weil ich spiele und gucke eh keine Sau. Aber ist mir gerade egal. Da hoch müsste man auch irgendwie kommen. Da unten sind wir schon. Und zwar draußen ist es... Da nach oben müssen wir halt auch. Aber wie ist so ne Frage. Beziehungsweise da geht's glaube ich auch nach links irgendwie. Aber aus dem Schloss doch nicht. Das kann ja gar nicht sein. Hier muss was zu machen sein. Vielleicht sogar hier. Also noch mal safen. Ich meine wir können ja mal nachgucken. Es kann nämlich gut sein, dass hier auch irgendwo ein Key ist. Sieht aber jetzt nicht so wirklich gut danach aus. Aber wir haben ja auch nicht wirklich viel entdeckt. Wir sind ja irgendwie eher schnell durch. So nach dem Motto. Ha! Wow! Okay, das war jetzt... Ich dachte ich bin irgendwie noch außer Level. Aber okay, mein Safe State war da. Hat auch eben ganz gut geklappt durchzukommen. Jetzt nicht mehr. Ach, kein Bock nochmal. Es muss perfekt gehen. Das war nämlich so cool gerade, dass ich nicht dabei gestorben bin. Hat mich selber überrascht. Genau so nehmen. Ich würde dann so... Ich würde dann so... Genau so nehmen. Ich würde dann so... Stimmt nicht so ganz, aber... Äh, ja, sein können. Ich weiße, wir gehen ja mal da rechts rum. Mal gucken. Noch weiter rechts. Haha! Egal, ich hab zu viel Leben. Das sieht nicht so geil aus. Abgesehen davon, dass es immer noch ein bisschen dreckiges Wasser rült, ey. Wow, die kann man so töten. Find ich geil. Find ich geil. Irgendwo muss doch schlüsselmäßig was abgehen. So geheimwegmäßig, maybe. Irgendwo, bitte. Ich seh, ich mein, ich seh ja nicht mal ein Loch. Sehr interessant. Oder auch nett. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Level nix ist. Aber jetzt, jetzt wissen wir's. Das ist, das ist eine gute Sache, das zu wissen. Es kann's eigentlich nur noch da sein. Ich mein, genau da muss ja ein Level sein. Es kann nur da sein. Versteh ich nicht. Ach, wir haben grad nicht unser Fliege-Futzi, Fee. Das ist natürlich ziemlich schade, grad. Ach, das war ja das. Hier waren wir ja schon mal. Ja, kacke, ne? Kacke. Ja, kacke. Super. Ah. Klappt 1a, du. 1a klappt es. Oh. Das war nicht so ganz geplant. Saufen. Sorry, jetzt ist er weggelaufen. Und weiter probieren. Ja, ja, ja. Nirgendwo geht's rein, außer da vorne halt. Gings ja rein. Das ist so eine Sache und Angelegenheit, die nicht so cool ist. Jawohl. Jawohl. Vielleicht kann es auch sein, dass man irgendwo anders hochspringen muss mit diesen vielen Dingens. Glaub ich aber gerade eher nicht. Und sehr weniger. Das war auch nicht geplant. Boah, was ist heutzutage schon geplant? Und außer Reality-Serien. Ungeil. Ziemlich ungeil. Sehr ungeil. Ohohohoho. Ohohohoho. Dann halt nochmal. Da muss was sein. Es kann nur da was sein. Aber könnte man fliegen? Ich glaube schon. Einfach gleich ein Yoshi. Oder Yoshi. Und dann mal gucken, ob fliegmäßig hier was abgeht oder nicht. Was ich aber eigentlich schon hoffe. Muss ja. Muss ja. Hohoho. Das war knapp. Wow. Angst. Angst. Viel Angst. Mehr Angst. Als zuvor. Wie das geht. Ja, das müsste ich auch gerne wissen. Ja, ja, ja. Bute, bute, bute. Wir gehen noch mal. Achso. Hier kann nicht gut was sein überall. Die Frage ist wo. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Ich glaube, ich war jetzt eher bis sie alle noch sterben oder sowas. Was hier eigentlich gar nicht geht. Das muss man irgendwie bekommen. Ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht durch die Drehung. Als klein. Wie könnte man das machen? Hey. Tut mir mal weh. Hallo. Kann mir irgendjemand überhaupt weh tun, krass? Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Aber ich krieg's noch nicht hin. Jawoll. Achso, die Zeit läuft weg. Äh, läuft ab, meine ich. Läuft weg. Oh, Zeit. Du bist aber schnell unterwegs heute. Das war nicht so geplant, aber danke fürs Leben. Ich frage mich auch, ob ich dann mal sterbe. Dann einfach mal eine Zeitung ist. Hatte ich doch nicht wirklich so. Ha. Oder wenn ich vorher sterbe, dann ist es schon mal erledigt. Jedenfalls beende ich mal eben diese Episode. Vielleicht lese ich im Internet mal nach, wie es funktioniert weiter. Und bis dann.